Ich fühle mich hier nicht sicher. Geht's dir gut? Ja, ja. Ah, toll. Gegenwind ist nicht gut. Man sieht ihn so schlecht. Man muss am Schwanz vom Fuchs gucken, dann sieht man's. Der geht immer erst in die andere Richtung und dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich hab mir das Wasser zu dir. Ich hab mir das Wasser zu dir. Ich hab mir das Wasser zu dir. Ja? Ja? So lässt sich sicher reisen. Ich denke der Wind kommt jetzt nicht nochmal. Warum war man dann nicht nicht obendrauf? Ich habe keine Ahnung. Weil es so vorgesehen war im Spiel. Natürlich hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, es hat sich ein bisschen beruhigt. Das sind Vogelmänner. Oh mein Gott. Hilf mir. Ich kann nichts machen. Okay. Nochmal. Kann ich nicht. Okay. 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 Ach, Mann. Ich bin ein Teddybär. Du bist ein Junge. Der Fuchs wurde in neuer Gestalt wiedergeboren. Oder vielleicht war dies immer seine wahre Gestalt gewesen. Ich bin Peter Pan. In weiß, nicht in grün. Kommst du da hoch? Ich ja. Wobei der Fuchs schöner ist, ne? Aber fliegen ist auch cool. Also da komme ich nicht weiter. Okay, dann muss ich da hin. Und du kannst jetzt hoch über dem Waldboden schwebend, enthüllte der Fuchs weiterhin die Schönheit der helfenden Geister. Und du kannst ihn jetzt nämlich lenken. Den aber nicht. Den kann ich nur aktivieren. Und da oben kriegst du den auch nicht? Nö, da musst du hinschmeißen. Ich krieg mir ein bisschen näher ran, guck mal. So, das meine ich nämlich. Okay, da komme ich nicht durch. Dann geht es hier weiter. Aufpassen bin ich. Den muss man nutzen. Ich leuchte. Und wie ist bei dir das Wetter so? Boah. Die Bäume selbst erwarten zum Leben. Sie strecken die Äste aus, um den Fuchs zu begrüßen. Und den Mädchen auf seiner Reise zu helfen. Ich will der Fuchs wieder sein. Und so. Äh, okay. Das ist voll traurig. So. Wo geht's? Ah, okay. Du musst da nur rüber steigen. Okay, vielleicht muss man da die Eiszapfen da weg machen. Okay, ich dachte vielleicht muss man da die Eiszapfen da weg machen. Komm, du wolltest nur um mich hauen. Genau. Bring das Licht zu mir. Komm mal mit, Lumsi. Ich werde den Geist befreien. Abwärts. Erdgeschoss. So, wir fahren jetzt ein bisschen nach rechts. Und der Vogelmann hilft uns wieder. Und auch nicht. Ähm. Ich würde kurz sagen. Ich hätte keinen Bock mehr. Lass mich nicht runterfallen. Ich weiß nicht wohin. Nach rechts? Geht nicht. Nach links? Warum? Keine Ahnung. Nach unten? Ah. Du musst springen. Jetzt. Ja. Okay, bring das Licht zu mir. Okay, bring das Licht zu mir. Das Licht. Ah. Ah. Ja. Folge mich. Ich würde laufen. Ja. Und. Okay. Jede Reise, ob kurz oder weit, war gefährlich. Alles, was man sehen konnte, war eine Masse wirbelnden weißen Schnees. Autsch. Das gibt Rückenschmerzen. Autsch. Haha. Aber immer diese Stuntsprünge. So. Komm mal her, mein kleines Licht. Gut. So. Komm. Ich geh mal lieber etwas höher. So. Da. Komm. Komm. Er läuft. Und weiter geht's. Höher geht's nicht. Okay. Mensch. Okay. Der nicht. Und hüpf. Das find ich cool. Die Hand sieht ja geil aus. Ja. Ach komm. Die ziele gar nicht dahin, wo ich ihn ziehe. Die Bäume, die Augen, weißt. Und hüpf. So. So. Okay. Der nächste Baum, der wandert. Aber der hat die Augen ein bisschen arg schief, oder? Das ist neuer Style. Hey. So. Da unten, da unten, da unten. Okay. Na. So hoch. Da hoch. Oh. 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 Das war knapp. Fünfzehn. Also, ja, geht's ja nicht. So. Ja, überspringt's einfach. Ich hab mir noch gesprungen. Du wolltest einfach mal wieder ein bisschen baden gehen. Sei doch ehrlich. Das war aber schon lange nicht mehr. So. Schon besser. Höher geht's nicht. Okay. Na toll. Wann bist du jetzt tot in Laune? Keine Ahnung. Das war wahrscheinlich zu hoch, nehm ich mal an. Ich dachte, wenn der so nach vorne geht, dachte ich mir, ich spring mal rüber. Hat leider nix gebracht. Ich weiß nicht, ob ich die... Meine Ahnung. Scheint doch so zu gehen. Ähm. Okay. Weitsprung? So weit? Ja. Das war knapp. Die Folge gegen die Wand geknallt. Das muss wir getan haben. Na, guck mal da. Ah. Aber hör krieg ich ihn beim besten Willen nicht. Das muss trotzdem weh tun. Das muss weh getan haben, ja. Bam. Voll gegen den Felsen. Okay. So. Dankeschön. Bitteschön. Die Bäume sind halt nicht die schnellsten. Oh, Feuer. Ach, guck mal. Du musst mich rächen. Mhm. Jetzt nicht nur dich, sondern auch noch meine Familie überhaupt. nicht. Du wirst dich wollten ein bisschen aufhalten. Ähm, okay. Okay. Schneller. Vorbei. Wir haben einen guten Vorsprung. Mich versuchen einzufangen. Ja. Nee. Trägt nichts. Doch. Er hat abgeholt. Ja. Warum kann der überhaupt auf Feuer schießen? Gell. Okay. Boah. Das war knapp. Okay. Das bringe dich in sicherheit. Oh Gott, ich dachte vielleicht egal. Ich dachte der hätte das gerade gelöscht, das Wasser. Ich glaube der muss im Wasser einbrechen. Da braucht es drei so Dinger. Fangen wir weiter nach rechts unten, ja genau. So, jetzt ist der Baumstamm hier oben, der gerade runter kam. Jetzt kommt der Eisbär. Jetzt wäre es passender. Mit Hilfe all dessen, was sie gelernt hatten, hatten das Mädchen und der Fuchs den Schrecklichen endlich besiegt. Für ihn war dies das Ende. Hoffen wir, dass es auch so bleibt. Er ging darauf zu und sah, dass der Schneesturm aus irgendeinem Grund von einer kleinen Aue in der Tundra auszugehen schien. Okay, dann suchen wir mal weiter den Schneesturm. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! ja so knapp hier kann der wind ja nichts mehr anhaben und immer wieder hinlegen und so weiter und so fort auch so knapp Das Mädchen entdeckte einen riesigen Mann, der mit einem Dechsel den Schnee auflockerte. Dann schaufelte er ihn in die Luft. Jedes Mal, wenn er dies tat, ergriff eine Windböde im großen Schnee und es entstand ein Schneesturm, der in Richtung des Dorfes davon blies. Sie hatte die Ursache des Schneesturmes gefunden. Jetzt schreibst du dem riesenfreundlichen Brief und fragst, ob er aufhören kann damit. Das Problem ist, es bringt halt ihr Dorf nicht wieder. Wie soll ich bloß darauf kommen? Riecht das Mädchen. Wenn du so schlecht zählst. Ja. Oh, der Verknall. Lass auf, da sind Piekser. Wo musst du erst hier rüber? Na, jetzt gebe ich denn das. Nein, geht's nicht. Oder du cheatest, dann bitte. Komm her. Ja. So. Ja, weil du brauchst trotzdem das hier. Was brauchen wir dazu? Das hier. Nee, brauch ich nicht. Ja, weil du gut cheatest hast. Ach, der Wind. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Guck mal, geh mal hoch. Ist weg, ist weg. Okay, gut. Na? Cheater. Kannst du das nicht wegziehen? Mal gucken, was ich los kann. So. Wie das da oben mit den Füßen festhängt. In die 40. Nein, da geht's nicht. Ja, okay. Dann muss man ein bisschen... So was hier. Gott sei Dank, helfe uns die Geister. Ja. Ja, okay, dann muss man ein bisschen... Jetzt bin ich ganz froh, dass ich fliegen kann. Ja. So. Sind wir ja fast da, hm? Aber müsste seine Dechsel auch nicht kaputt gehen? Keine Ahnung. Ist auch das Eis.